In letzter Zeit haben sich immer wieder die Anfragen gemäht, Marco schau dir doch mal EOS an und mir ist auch aufgefallen, dass in den letzten paar Wochen EOS immer wieder bei den Gewinnern des Tages sehr oft dabei war und wenn man sich dann jetzt anschaut, wie EOS seit dem 11. April performt hat, dann ist es unfassbar, dass EOS von 6 Dollar auf zwischenzeitlich über 20 Dollar gestiegen ist. Wir schauen uns heute an, ob man in EOS noch investieren sollte oder lieber nicht und wenn dir das Video gefällt, dann lass einen Like und einen Kommentar da mit Litecoin Adresse, denn unter allen Leuten, die das machen, verlose ich in jedem Video ein bisschen verzauberte Litecoin. In diesem Sinne viel Glück und nein, ich habe mich nicht geprügelt, ich bin der größte Pazifist, den man sich vorstellen kann. Ich habe gestern mit Freunden Fußball gespielt, war im Kasten und habe den Ball voll in die Fresse bekommen und da ich eben privat eine Brille trage, wurde mir durch die Wucht des Aufpralls der Rahmen der Brille ins Face gedrückt und hat hier, hier und hier ein paar Wunden hinterlassen. Aber ansonsten geht es mir wirklich wunderbar. Vielen Dank der Nachfrage, es braucht sich keiner Sorgen machen. Auf Coincheckup, finde ich, sieht man auch besonders schön, wie EOS im Vergleich zu den anderen Kryptowährungen performt. Vor allem im 90-Tages-Horizont, im Zeitraum von 90 Tagen, so hört sich das besser an, sieht man, dass EOS und zum Beispiel auch Tron einer der Gewinner sind. Aber EOS, man darf auch nicht vergessen, EOS ist mittlerweile Top 5, also da wird es auch ein bisschen knackiger. Und in 30 Tagen, 200 Prozent, absolut fantastisch, sieht man auch vor allem in den letzten paar Tagen, was EOS gemacht hat. Also unfassbar, wie schnell EOS da gestiegen ist. Glückwunsch an all diejenigen, die in EOS investiert haben frühzeitig und auf dieser Rakete to the Moon jetzt mitfliegen. Mein Ratschlag an all diejenigen, die jetzt praktisch hier die EOS-Rakete reiten, ist wirklich unbedingt auch mal dran denken, Profite reinzuholen. Denn im Dezember und Januar haben ja viele von uns einschließlich mir gedacht, dass das Ganze ewig so weitergehen kann. Und vielleicht ein bisschen zu gierig geworden und nicht daran gedacht, auch mal ein paar Profite zu sichern. Man muss nicht alles verkaufen, man muss nicht die Position komplett auflösen, aber zumindest einen Teil sollte man meiner Meinung nach verkaufen, um einfach nur ein paar Profite zu machen. In der Kryptowelt habe ich das Gefühl, dass eben weil viele Investoren recht jung sind und den Dezember- und Januar-Hype gewohnt sind, denken, dass so für 10, für 20-fachungen komplett normal sind und vergessen dabei, dass zum Beispiel bei Aktien kann man froh sein, wenn man in einem Jahr 6 Prozent gemacht hat. Also da ist es überhaupt keine Schande, zu früh Profite rauszuholen, meiner Meinung nach lieber auf der sicheren Seite sein, als sich dann später in den Arsch beißen. EOS wird hier von vielen als der absolute Ethereum-Killer genannt. Smart Contracts, ICO, alles mögliche kann man mit EOS machen. Und einer der größten Vorteile von EOS ist natürlich, dass man nicht auf die eigene Programmiersprache von Ethereum Solidity zurückgreifen muss, sondern man kann zum Beispiel C++ verwenden. Das ist auch für mich, meiner Meinung nach, einer der größten Nachteile von Ethereum. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, EOS ist ja eine Plattform für dezentralisierte Apps. Also Apps, die dezentral sind, Peer-to-Peer-Netzwerk, ganz viele verschiedene Nodes, auf denen es läuft, kein zentraler Rechner, kein zentraler Server, wie zum Beispiel bei Facebook oder bei WhatsApp, wenn da der zentrale Server ausfällt, dann haben wir alle ein Problem. Bei einem dezentralen Netzwerk fällt einer aus, es gibt 999 andere, kein Problem. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hersteller wäre, von irgendeiner Software oder von irgendeiner App und ich hätte die Wahl, ob ich jetzt das Ding auf Ethereum oder auf EOS lassen möchte oder beziehungsweise entwickeln lassen möchte, dann würde ich doch eher versuchen, es auf EOS zu machen. Einfach nur aus dem Grund, weil bei Ethereum muss ich erstmal einen Programmierer finden, der Solidity beherrscht, die Programmiersprache von Ethereum und diesen gerade wahrscheinlich sowieso extrem begehrt. Da ist es für mich doch wahrscheinlich angenehmer, jemanden zu finden, der C++ beherrscht. Das ist eines der natürlich großen Vorteile von EOS. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass es andere Kryptounternehmungen gibt, die damit werben, eine Plattform für dezentralisierte Apps zu sein. Gutes Beispiel ist auch Lisk. Und ein weiterer Vorteil von EOS ist darüber hinaus auch das sogenannte Delegated Proof of Stake. Proof of Work ist ja, ich kenne mittlerweile von euch viele, aber es kommen ja immer neue Zuschauer dazu und denen erkläre ich gerne die grundsätzlichen Dinge von vorne. Proof of Work ist, wenn man Rechenleistungen zur Verfügung stellt für Bitcoin oder Ethereum zum Beispiel und eben mit dieser Rechenleistung kryptografische Rätsel gelöst werden und dafür wird man eben in Form von Ethereum oder Bitcoin belohnt. EOS ist sicher, allerdings ist der Nachteil, dass dadurch sehr viel Energie verschwendet wird und die Umwelt sehr stark belastet wird. Bei Proof of Stake ist es so, dass es ein bisschen weniger, also ein bisschen unsicherer ist als Proof of Work, allerdings ist es natürlich deutlich sicherer für die Umwelt, deutlich schonender für die Umwelt. Bei EOS ist es so, dass man sich auf sogenanntes Delegated Proof of Stake verlässt, also Delegation. Ungefähr 20 Masternodes werden dabei gewählt und die übernehmen dabei sozusagen den Konsensmechanismus, was an sich ja doch wieder EOS zentralisiert macht und aus dem Automatismus, der in der Blockchain ist, eher ein politisches System macht. Wie das Ganze langfristig funktioniert, können wir jetzt nicht sagen. Vielleicht wird es gut sein, vielleicht wird es auch nicht sein. Das muss man sich allerdings bewusst machen, dass es ungefähr 20, 21 Masternodes geben wird bei EOS. Also das auf jeden Fall bewusst machen. Und darüber hinaus gibt es aber noch andere Dinge, die bei EOS im Vergleich zu Ethereum durchaus vorteilhaft sein sollen. Die Hersteller sprechen von eine Million Transaktionen pro Sekunde, was natürlich enorm viel wäre im Vergleich zu den ein- bis zweistelligen Transaktionen pro Sekunde, die Bitcoin oder Ethereum machen. Niedrig gibt es gar keine Fees und natürlich ist es einfach, dezentralisierte Apps zu kreieren, wenn man C++ verwenden kann. Das Team verfügt einer Erfahrung. EOS hat sich rasant entwickelt und natürlich sitzt EOS auf einem riesigen Haufen Kohle. Das ist ein Vorteil, aber für mich auch zu einem gewissen Maßen Nachteil, weil ein Projekt muss nicht unbedingt mit Milliarden von Dollars gefördert werden. Wenn ein Team gut ist, dann kann es auch mit einem Bruchteil von dem Geld sehr viel erreichen versus ein schlechtes Team mit sehr viel Geld. Und darüber hinaus hat doch der Dan Larimer, der CEO, eine, ja, der hat Steemit gemacht, der hat BitShares gemacht und das ganze Projekt dann irgendwann mehr oder weniger verlassen. Also das sollte man auch sich bewusst machen, wenn man so eine fundamentale Analyse macht. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht werten oder sowas, ich will einfach nur denen zuschauen, so viele Informationen wie möglich über EOS geben, bevor man in den Coin investiert. Soll man in EOS investieren? Die meisten würden hier natürlich sagen nein, einfach nur aus dem Grund, weil es natürlich so ist, ist es nach so einem in All-Time-Highs investieren, war doch niemals eine schlaue Idee. Wer in EOS einsteigen möchte, sollte vielleicht noch ein bisschen warten, ein paar Tage, ein paar Wochen, was auch immer benötigt wird, um auf wieder ein normales Level zu kommen. Aktuell würde man einfach nur auf einen sehr teuren Preis einsteigen. Das zumindest fundamental, aber man darf auch nicht vergessen und da bin ich auch manchmal schuldig, es ist nicht genau genug zu sagen. Es ist so, dass man natürlich auch den Anlagehorizont betrachten muss, weil zum Beispiel, wenn du jetzt EOS für 20 Dollar kaufst, EOS aber in einem Jahr 2000 Dollar wert ist, dann wird es keinen ärgern, dass man da mit 20 Dollar eingestiegen ist. Es gibt auch sehr viele Menschen, die Bitcoin für 1000 Dollar gekauft haben, damals, dass Bitcoin den ersten Hype hatte und dann frustriert verkauft haben und Verluste gemacht haben. Hätten sie aber den Bitcoin lang genug gehalten, dann würden sie heute natürlich deutlich besser dastehen. Also das muss man sich einfach mal bewusst machen, dass man auch sich wirklich, wenn man in Kryptowährungen investieren möchte, sollte man sich fundamental den Coin anschauen, wenn er ein gewisses Volumen hat von ungefähr über eine Milliarde, dann kann man natürlich auch gerne technische Analyse machen. Darunter ist die Kryptowährung, in welcher auch immer es ist, dann doch ein bisschen anfällig für Wale. Ab eine Milliarde wird es dann schon etwas schwerer, wobei auch der Bitcoin mit seinen 150 Milliarden von Wahlen manipuliert werden kann. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, ist, dass man auch bei seinen Finanzentscheidungen, auch bei Bitcoin, auch bei jeder Kryptowährung einfach nur den Anlagehorizont betrachten möchte. Will ich in ein paar Tagen wieder verkaufen und Gewinn machen, schnell, dreckig oder will ich lange drin bleiben und das Ding ein paar Jahre vielleicht sogar halten. Also es gibt ein paar Coins, die trade ich zum Beispiel, da gibt es auch andere Coins, die würde ich nie im Leben verkaufen, jedenfalls nicht in den nächsten paar Monaten. Auf jeden Fall nicht alle, einfach nur, weil ich in diesen Coins sehr viel Potenzial sehe und deshalb sie so lange hodl, wie es nur möglich ist. Hast du EOS im Portfolio? Was hältst du von EOS? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Hast du bereits vielleicht schon ein paar Positionen aufgelöst, um Gewinne zu machen? Würde mich auf jeden Fall sehr stark interessieren. In 33 Tagen launcht das Mainnet von EOS und ich wollte noch kurz sagen, jetzt kommen wir zum Giveaway vom letzten Video und ihr seht schon, ich habe hier ein paar Kommentare geherzt, weil ich habe in dem Video gesagt, die meisten, die in Bitcoin investieren, sind ja unter 40 und da haben ein paar geschrieben, hey Marco, ich bin 50, ich bin 39, ich bin so und so alt und das ist vielleicht eine Seite, die man in den Videos von mir nicht kennenlernt, aber ich bin manchmal, manchmal kann ich echt super emotional werden und die Tatsache, dass Menschen, die meine Eltern sein könnten, meine Videos anschauen, hat mich echt wirklich tief, tief, tief berührt und da bin ich sehr dankbar, dass es Menschen da draußen gibt, die sich weiterbilden möchten, die sehen, okay, Kryptowerdungen, etwas komplett Neues, kenne ich noch nicht, aber ich möchte mehr darüber lernen und schaue mir Markus und dann schauen sich auch ausgerechnet meine Videos an, also erfüllt mich wirklich mit sehr, sehr viel Dankbarkeit und Ehrfurcht, also herzlichen Dank an jeden, der da kommentiert hat, das hat mich wirklich sehr berührt und mich sehr gefreut und ich versuche auch mit meinen verzauberten Litecoins ein bisschen was von dieser Dankbarkeit zurückzugeben, vielleicht gibt es den einen oder anderen, für den zwei Dollar einfach nur sehr viele sind und dann freut es mich auch, wenn es für viele sagt, hey Marco, zwei Dollar sind so wenig, so nur weil du rich bist, muss es nicht heißen, dass zwei Dollar wenig sind, ja also wenn ich zwei US-Dollar jemandem verschenke, der vielleicht, der halt battle-arm ist, egal wo er herkommt, ob es in Deutschland ist oder in irgendeinem anderen Teil auf der Welt, das kann für Menschen wirklich deren Leben verändern, also vielleicht nicht die Menge an Geld, sondern einfach nur die Tatsache, so wow, ich habe jetzt über das Internet gerade Geld bekommen, es kann eine emotionale Erfahrung sein, die den Rest des Lebens prägt und deshalb bin ich auch sehr dankbar und beglückwünsche, Bremen, Bremen ever, ich dachte gerade, da ist ein vier dazwischen, Bremen forever, aber okay, Bremen ever, nicest Video wie immer, mach weiter so, herzlichen Glückwunsch mein Lieber, du bekommst zwei Dollar in Form von Litecoin, also der nächste Proteinriegel, Kaffee, Cappuccino, was auch immer man für zwei Dollar kaufen kann, geht auf den Onkel Kryptomarko und damit bedanke ich mich bei jedem Zuschauer ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, bitte daran denken, dass alles in diesem Video meine persönliche Meinung ist und keine Finanzberatung, danke fürs Zuschauen, viel Glück beim Investieren, bitte vorsichtig investieren, denn Kryptowährungen sind sehr volatil, ein paar Prozent vom Nettoeinkommen sind schon genug zum Investieren bei den meisten und damit sage ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.